Was würden Sie denn eigentlich machen, Herr Zittlmann, heute, wenn Sie nicht reich wären? Wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Freundinnen habe, dann ist ja für jeden an einem Abend theoretisch Zeit. Da habe ich nur gesagt, zur Höflichkeit ist was für Loser. Was sind das denn für Ziele jetzt aktuell? Also jetzt ist das Ziel, die Welt zu erobern. Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück zum einen mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Und wir haben einen spektakulären Gast und da bin ich heute sehr gespannt. Es ist Dr. Dr. Reinhard Zittlmann. Er ist Historiker, Reichenforscher, Investor, sehr erfolgreicher und er ist selber natürlich auch reich. Herzlich willkommen. Hallo. Und heute gibt es Locker Room Talk. Heute wollen wir mal wirklich Klartext sprechen und heute freue ich mich auch mal drauf, den Menschen Reinhard Zittlmann kennenzulernen. Was würden Sie denn eigentlich machen, Herr Zittlmann, heute, wenn Sie nicht reich wären? Wie würde Ihr Leben aussehen? Dann wäre ich wahrscheinlich das, was ich ursprünglich mal gelernt habe, nämlich Historiker. Und dann würde es auch nicht sehr viel anders aussehen, als es jetzt im Moment aussieht. Dann würde ich Bücher schreiben und mal eine Forschung machen und wahrscheinlich auch journalistisch tätig sein. Also es wäre jetzt, außer, dass ich nicht so, sagen wir, dass ich anders wohnen würde, dass ich anders reisen würde und so weiter. Und mehr aufs Geld gucken müsste, wäre es auch jetzt nicht so grundlegend anders, als es im Moment ist. Würden Sie sagen, dass Sie es geschafft haben? Ja, das wäre ja, dann würde es ja heißen, ich könnte mich jetzt begraben praktisch, weil das würde ja heißen, es gibt jetzt keine Ziele mehr. Also es werden bestimmte Ziele gesetzt und die werden dann erreicht, klar, dann kann man sagen, das habe ich geschafft. Aber dann kommt das nächste Ziel wieder und dann wird das wieder erreicht. Aber jetzt so ein Endstart, wo ich sage, ich bin jetzt total zufrieden mit allem, das wäre für mich gleich bedeutend mit, jetzt kann ich sterben praktisch. Was sind das denn für Ziele jetzt aktuell? Also jetzt ist das Ziel, die Welt zu erobern. Also ich denke, das ist sehr bescheiden. Aber jetzt nicht natürlich im Sinn wie jetzt Alexander der Große oder Cäsar, sondern in dem Sinn, dass ich sage, mit meinen Botschaften, mit meinen Büchern, mit meinen Artikeln will ich überall auf der Welt Menschen erreichen. Und das habe ich mir vor ein paar Jahren als Ziel gestellt. Also steht auch so ein Kapitel in meiner Autobiografie, die heißt, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Da steht dann, nächstes Ziel ist jetzt die Welt erobern. Und natürlich mit so ein bisschen Augenzwinkern dabei, ist klar. Aber auch schon auf der anderen Seite ernst gemeint. Und das habe ich dann umgesetzt. Also es sieht konkret so aus, dass ich in diesem und im letzten Jahr in über 30 Ländern war und da überall meine Vorträge gehalten habe, meine Bücher erscheinen und promotet habe und Artikel schreibe und Interviews habe mit Fernseh- und Radiostationen. Aber das ist erst der Anfang. Also aber da bin ich jetzt auf dem Weg im Moment gerade Welteroberung. Ich bin gerade erschrocken, denn wir werden heute tatsächlich auch noch über Hitler sprechen, weil Sie sind ja auch sehr erfolgreicher Historiker. Da bin ich gerade kurz beim Wendung ein bisschen erschrocken. Eine spannende Frage, Herr Zittelmann, die ich vor kurzem gehört habe, die kann sich vielleicht auch jeder selber zu Hause mal stellen. Fühlen Sie sich zu etwas hingezogen oder von etwas getrieben? Ja, ich glaube, ich habe es so ein bisschen, also hingezogen, fühle ich mich zu schönen Frauen erst mal. Da sprechen wir auch darüber. Auf jeden Fall, ja. Getrieben fühle ich mich. Ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Missionar. Da war mal ein Artikel in der Neuen Zürcher Zeit, also gegen mich von so einem linken Philosoph, der hat auf mich geantwortet. Und er hat gesagt, Zittelmann ist ein Prediger der Freiheit. Das hat er aber jetzt als Beschimpfung gemacht. Aber ich fand das eigentlich ganz gut. Und ja, mein Vater, der war Pfarrer, und mein Großvater war auch Pfarrer. Ich bin jetzt kein Pfarrer, aber ich glaube, so ein bisschen was Missionarisches ist schon auch in mir geblieben. Also, dass ich mit der Welteroberung Menschen gerne von Ideen, die ich für richtig halte, überzeuge. Jetzt ist die Welteroberung ja kein kleines Ziel. Ja. Und Sie strahlen ja immer die absolute Power aus. Gibt es denn aber auch Dinge, wovor Sie richtig Angst haben? Ja, Pitbull Terrier. Okay. Jetzt wäre das gewusst, hätten wir mitgebeugt. Ja, also sagen wir mal so, jetzt im Gespräch, ich habe mich jetzt nie Menschen unterlegen gefühlt. Also egal, wen ich jetzt getroffen habe in meinem Leben. Auch bei Springer früher, wo ich ein kleiner Angestellter war und hatte also damals auch viele Diskussionen, Stress. Und zwar dann meinen Vorstandsvorsitzenden einstellt. Also ich habe mich nie irgendwie jemandem unterlegen gefühlt, in dem Sinne, dass ich Angst hätte. Aber klar, wenn jetzt eine Gruppe von Rockern oder so kommen würde und vielleicht standen noch Pitbull Terrier dabei, also logisch habe ich dann Angst. Sie haben gerade beschrieben, Ihre Karriere früher bei Springer, bei Welt, dass Sie da, aber auch in Ihrer Autobiografie haben Sie jetzt geschrieben, dass Sie eigentlich nie was haben gefallen lassen, beziehungsweise Sie haben eigentlich gemacht, was Sie wollten. Immer, ja. Waren Sie schon als Kind Jugendlicher so, dass Sie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Outlaw, aber ja, dass Sie gesagt haben, können wir ja eigentlich alle mal nicht machen, was ich für richtig halte, oder haben Sie sich das wirklich antrainiert? Nee, also ich glaube, das steckt schon in mir drin. Ich, eigentlich haben meine Eltern aufgehört, Macht über mich zu haben, so ein Alter von 12, 13 Jahren. Ab da habe ich ausschließlich gemacht, was ich wollte. Ja, also auch dann, ja, das war also tatsächlich so, dass ich, ich hatte auch viele Konflikte deswegen natürlich, ja, also gerade mit meinem Vater damals sehr viele harte Auseinandersetzungen, weil der hatte auch eine sehr starke Persönlichkeit und sehr automatär auch in gewisser Weise. Ich hatte das aber auch, ja, und entsprechend hat es oft, aber hinterher bin ich ganz froh drüber, weil ich glaube, ein Kind, das nicht, das, also wenn mir jemand sagt, ich habe mich immer mit meinen Eltern so gut verstanden, mein Leben lang auch in Hubertät, da habe ich so Zweifel, ist es ein Mensch, der sich durchsetzen kann im Leben später. Ich bin also jemand, der sich ziemlich gut durchsetzen kann und das führe ich auch darauf zurück, dass ich immer diese Diskussion hatte mit meinem Vater, der also auch rhetorisch sehr, sehr gut war, ja, und da musste ich dann, musste ich halt auch entsprechend rhetorisch gut sein, um mich dann entsprechend durchsetzen zu können, ja, also das, das war schon, das war schon damals so gewesen und in der Schule, da war es so, ich bin also, ich war ja damals hier links, ich bin von einer Schule geflogen, von der nächsten haben sie mir dann angedroht, auch mich runterzuschmeißen und ich hatte in Betragen Note, da gab es damals, gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr Note für Betragen, also das heißt, wie es sich jemanden verhält, es ging, normal war die Noten von 1 bis 6, aber in Betragen gab es noch von 1 bis 5, die meisten Mädchen hatten alle eine 1, die meisten Jungs sind zwei, dann gab es manche Schlimme, die hatten eine 3, meine ich noch Schlimme, nur 4, es gab einen, der hat eine 5, der war ich gewesen, also ich war in der Schule auch schon der absolute Rebell. Aber Sie waren links, waren Sie links, weil Sie einfach dann dagegen waren, oder wie kam das, oder weil man als Jugendlicher halt eher links ist? Gut, damals waren viele links, das war so der Auslauf der 68er Bewegung, das war so 1970 ungefähr, da waren also, waren viele links, ich war aber radikal links, ich war Maoist und wenn der Lehrer, also den Unterricht nicht so gemacht hat, jetzt im Politikunterricht, wie ich das wollte, dann habe ich den Unterricht halt komplett zerstört, sodass also der Lehrer nur die Möglichkeit hatte, entweder macht er das so, wie ich das jetzt wollte. Was haben Sie dann gemacht, rumgeschrien oder? Was weiß ich, ich habe dann die Füße auf den Tisch gelegt, habe dann Zeitung gelesen und habe gesagt, der soll mich jetzt nicht stören und habe dann, was weiß ich alles, mich laut unterhalten und so, bis der Lehrer, also manche, die haben die Klassen verlassen, hat geheult, die Lehrer oder so, ja. Also ich habe einfach den Unterricht komplett zerstört, oder? Ich war einmal in Gemeinschaftskunde, da konnte man so Kurse wählen und der Kurs war Parlamentarismus und Rededemokratie und ich war natürlich total für Rededemokratie und ich war so der Anführer von den Linken an der Schule und da habe ich allen anderen Linken gesagt, wir gehen jetzt alle in diesen Kurs rein. Und da waren, ich glaube, 25 Schüler oder so, und 20 waren meine Anhänger praktisch, ja. Und die Lehrerin hat dann so in der ersten Stunde gefragt, vorgestellt, was sie machen will und wie sie es vorstellt, ja. Und so ganz demokratisch und sagt, so, gibt es da Meinung zu, was meint ihr, was sagen die meistens nichts. Ich habe mich gemeldet, habe gesagt, nee, ich bin gar nicht einverstanden und wir sollten das nächste Halbjahr so gestalten. Und dann hat die so gesagt, ja gut, hören wir mal was die anderen zu sagen. Dann haben sich aber alle anderen 20 nacheinander gemeldet und haben gesagt, wir müssen das so machen wie der Zittelmann. Und die hat dann sofort kapituliert, ja, und hat es dann praktisch alles so gemacht, wie ich es wollte. Aber andere, die haben dann gesagt, ich bin der Lehrer, ich lasse mich doch hier nicht von irgendeiner marxistischen Schule bestimmen, was gemacht wird. Und da habe ich dann halt einfach brutal zerstört den Unterricht, dass der nicht mehr stattfinden konnte. Gab es einen Punkt, wo Sie umgeswitcht sind von links zu liberal? Oder war das so ein schleichender Prozess mit dem Erfolg? Das war so, ich war schon sehr früh politisch interessiert. Ich habe mit acht Jahren einen Brief an Willy Brandt geschrieben und auch eine Antwort bekommen damals. Ich habe mit 13 Jahren dann eine maoistische Gruppe gegründet, Rote Zellis, die unten in Zeitung hieß Rotes Banner, rausgegeben. Und habe auch mit 14 Jahren schon Schulungen für Studenten über marxistische Theorie gegeben, weil ich hatte alles schon in dem Alter gelesen. Also hat es sehr früh angefangen. Und ich war da einmal so ein Hardcore-Marxist-Leninist. Also ich habe alles gelesen, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Ich habe zum Beispiel von Stalin die gesammelten Werke gelesen, von Mao auch, bei Lenin so alle wichtigen Bücher gelesen. Und dann hat sich das so ein bisschen, sagen wir mal, ich war nur für Politik und nur die Revolution. Also die haben gesagt, das sind wir nicht die Revolution in Person. Ich bin auch nicht in Discos wie andere oder irgendwo. Ich hatte auch keine Freundin. Für mich gab es nur morgens früh vor dem Betriebstor stehen und die rote Fahne verkaufen, abends in Sitzungen zu gehen. Ich war damals in einer Jugendorganisation von der maoistischen Kleinpartei, KPDML. Und zwischendrin Ausarbeitung schreiben, in Ferien alles Ausarbeitung schreiben. Das war mein Leben. Und irgendwann, natürlich dann Pubertät und so, kommen dann schon auch andere Sachen in einem hoch. Da bin ich dann ausgeflippt und habe dann ein Jahr gehabt, da habe ich nur Harschicht geraucht von morgens bis abends und wollte auch von Politik und so irgendwo nichts wissen. Hat dann auch die erste Freundin und so. Und dann kam dann ein Freund von mir und hat mir ein Buch in die Hand gedrückt, das hieß Angst im Kapitalismus. Das war so eine Mischung Marxismus-Psychoanalyse. Also so Marx und Freud, gibt es da so, Wilhelm Reich, habe ich dann gelesen. Da war ich auch noch Marxist, aber ein bisschen eine softere Form. Sagen wir nicht mehr Stalin-Plakat und so dran gehängt, sondern dann Marxismus-Psychoanalyse, Freud, Reich. Das war so schon ein bisschen softer. Und dann, so mit Anfang 20 hat es dann angefangen, auch wo ich dann Geschichten studiert habe, wo ich dann promoviert habe. Über Hitler war ja die Arbeit ja, da bin ich dann langsam von dem marxistischen Denken. Aber schon noch, wo ich mein Buch über Hitler geschrieben habe, meine erste Doktor war, war ich schon noch eher links gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber da hat sich das dann so Stück für Stück gewandelt. Und das ist ja ein fortgehender Prozess, der geht über Jahrzehnte und er wird auch hoffentlich noch weitergehen. Das ist jetzt nicht so, dass man, heute bin ich links und dann morgen denke ich anders und dann ist es wieder festgeronnen, sondern man lernt immer dazu, man ändert auch Meinungen über bestimmte Dinge. Können wir also davon ausgehen, dass Sie in 10, 20 Jahren noch libertärer sein werden als jetzt? Also ich weiß nicht, was in 10, 20 Jahren ist, wie da meine Meinungen sind, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass ich mich immer dazulernen und weiterentwickeln. Natürlich gibt es gewisse Konstanten schon, die auch über die Jahrzehnte gehen. Aber es gibt auch immer wieder Neues. Ich lese unglaublich viel und treffe viele Menschen und reise viel und das alles verändert natürlich auch immer wieder die Einstellung und das Leben. Gibt es da so ein Buch in letzter Zeit, was Sie empfehlen können, was vielleicht auch mal eine Meinung von Ihnen geändert hat oder zum Nachdenken angeregt hat? Ich lese jetzt so viel, dass ich es gar nicht ein konkretes Buch nennen könnte. Ich weiß, was damals, wo diese Meinungen sich geändert haben, wo sie da, das kann ich sehr konkret sagen. Es war, ich hatte das Buch gelesen, Angst im Kapitalismus und dann hat der gleiche Autor, von dem ich einen Fan hatte, ein Buch geschrieben, Der Mensch ist anders. Und das war auch so eine Kritik am Marxismus. Und das war das erste Mal, dass ich dann auch mal, ja, du kannst es auf Marxismus kritisieren und kritisch sehen und anders. Also ich werde von so viel, es gab jetzt auch nicht so ein Buch, was mich total beeinflusst. Ich habe ja tausende Bücher und das kann ich jetzt schwer beantworten. Passt Link sein und erfolgreich sein eigentlich irgendwie aus Ihrer Sicht zusammen? Oder anders gesagt, glauben Sie, dass viele Linke, wenn sie erfolgreicher oder vielleicht auch attraktiver oder wie auch immer werden, dass sie dann vielleicht nicht links werden? In gewisser Weise sind die Linken ja auch erfolgreicher als wir, muss man sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal angucke in der Politik, die sitzen da, haben ihre Ministerposten und so weiter oder führen die Parteien, während die Leute denken wie ich, die sind nicht. Also in gewisser Weise. Aber würden Sie das überhaupt wollen? Nee, ich würde es jetzt nicht wollen. Aber ich sage mal trotzdem, man kann jetzt nicht generell sagen, dass die nicht erfolgreich sind in dem, was sie tun. Wenn Sie zum Beispiel mal sehen in ARD und ZDF, wo die die ganzen Schaltstellen praktisch versetzt haben mit Leuten, die so denken wie Sie. Also das, was die damals korrigiert haben, dieser Marsch durch die Institutionen, dann muss man sagen, dann waren die sogar extrem erfolgreicher. Die haben die gesamte öffentliche Meinung geprägt. Die sind in den Gewerkschaften-Ton angeben, in den Kirchenton angeben, in den Medienton angeben, sogar bis hinein in die Wirtschaft. Also ich würde sagen, erfolglos sind die jetzt nicht, sagen wir, wenn es jetzt darum geht, tatsächliche Leistungen für andere Menschen zu erbringen, zum Beispiel Unternehmer. Da sind die meisten sicherlich nicht in der Lage, aber irgendwelche Machtpositionen zu erobern. Ich glaube, da kann man auch viel von denen lernen. Oder gerade im Marketing und PR. Ich glaube, dass die da also sehr viel besser sind als die meisten Liberalen oder Pro-Kapitalisten. Das sieht man am Ergebnis. Also ich sage mir den Leuten, guckt euch mal ab, was ein Greenpeace macht. Vielleicht kann man was von der letzten Generation lernen oder was weiß ich. Die sind kreativer, einfallsreicher mit dem, was sie machen, als wir. Wenn Sie jetzt der PR- und Marketingchef vom Liberalismus wären, wie würden Sie jetzt vorgehen? Also erst mal, ich würde genau studieren, was die Linken in Grün erfolgreich gemacht hat. Das nennt man in der Geschäftswelt Best Practice. Also guck, die sind erfolgreich, also mach die Sachen nach. Das heißt, das fängt an im Denken. Ich würde jetzt ein Ding-Tank gründen. Ich denke auch darüber nach, aber da brauche ich genug Geld. Ein Ding-Tank, weil es beginnt alles immer im Denken zuerst, dass in dem Bereich Veränderungen kommen. Und dann, wenn es jetzt um die praktische PR geht, ich sage einfach, guckt euch was ab, einfallsreicher sein. Ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte der FDP im Hamburger Wahlkampf empfohlen, da ging es um Autos, war Mobilität ein großes Thema. Ich habe gesagt, ich bastle so ein großes Auto aus Pappe oder Holz von Fred Feuerstein und bestelle das am Gänsemarkt hin und schreibe drauf Modell Hofreiter und bestelle ein paar Journalisten, dass die das fotografieren. Da kriegt ihr Bilder. Also das hat Greenpeace zum Beispiel immer gut geschafft. Die haben immer Bilder produziert. Und zur gleichen Zeit haben die Verbände irgendwo, die haben da eine Pressemitteilung rausgegeben. Also ich würde einfach empfehlen, lernt was von denen, guckt euch die Sachen ab. Ich habe zum Beispiel neulich, die konnten es jetzt nicht machen, das Kapazität, da war die Automobile Ausstellung, wo sich auch die Autobosse alle anbiedern und anpassen letztlich an den Zeitgeist. Da habe ich so Leute, die ich kenne von Liberty Rising, die konnten es jetzt aus Kapazitätsgründen nicht machen. Aber ich sage, geht da hin und protestiert da, stellt da Schilder, macht, sagt, was gehen die Autobosse, die Opportunisten, die sich da anbiedern, macht da irgendwie fantasievolle Aktionen, weil da kriegt ihr Fotos. Aber ist Nachhaltigkeit im ESG etc., ist das per se links? Es kommt drauf an, was ich jetzt da drunter verstehe. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, oder wenn Sie sagen, die Linken sind so erfolgreich, also jetzt politisch, die Linke quasi nicht mehr existent, die Grünen, okay, sind bei ihren 14 Prozent, die sind relativ stabil, ist jetzt aber auch nicht so viel, die SPD im freien Fall, die Liberalen sind jetzt auch nicht so erfolgreich, aber es ist ja jetzt nicht so, dass, oder von meinem Empfinden, dass die Grünen und die Linken jetzt so einen hohen Wellenritt haben. Na gut, in der Momentaufnahme, ist richtig, was Sie sagen, da ist, wir haben ja Jahrzehnte hinter uns, wo die Grünen praktisch den Zeitgeist komplett dominiert haben. Also alle wollten grün sein. Die SPD wollte grün sein, die Linkspartei wollte grün sein, die CDU unter Merkel wollte grün sein, die Medien dann, irgendwann haben die Unternehmen auch angefangen und wollten grün sein, also das war ja, ging ja über Jahrzehnte. Aber meistens an der Oberfläche, also um so richtig ernst gemeint haben sehr viele dann auch nicht. Also Merkel zum Beispiel, sonst hätte sie wahrscheinlich mehr Windräder gebaut, oder? Naja, sagen wir, die Merkel ist ein Spezialfall, die Merkel ist ein Beispiel für 100 Prozent Machiavellist, das heißt, die Merkel hat überhaupt null Überzeugung gehabt, außer dass sie regieren will, also Macht um der Macht will, Macht um ihrer Selbst will, Machiavellismus pur. Dadurch war die auch so erfolgreich, weil ihr keinerlei Überzeugung im Weg gestanden hat. Also wenn ich jetzt in die Politik gehen würde, dann würden wir immer Überzeugungen im Weg stehen, aber wenn du überhaupt keine Überzeugung hast, steht ihr auch kein Überzeugung im Weg. Das war der Erfolg von Merkel, aber da sie gesehen hat, dass der Zeitgeist und so alles grün bei den Medien hat sich halt da dran angepasst. Das war schon eine ganze Zeit, wo praktisch der ganze Diskurs immer dominiert wurde von linksgrünem Denken, und das ist jetzt erst so, ich würde sagen, vielleicht ist es in diesem Jahr in Deutschland passiert, dass es in eine andere Richtung geht. Aber ich gucke ja nicht nur auf Deutschland, ich gucke ja auf die ganze Welt. Und wir haben ja diese ganzen Entwicklungen in Richtung mehr Staat, weniger Markt, ist kein deutsches Phänomen. Das war, wenn Sie mal gucken, Anfang der 90er Jahre, da haben alle irgendwo gewusst, wo der Sozialismus zusammengebrochen war, das funktioniert nicht mit dem Sozialismus und der Kapitalismus ist ein besseres System. Da gab es damals sogar welche, die haben einen Philosopher damals geschrieben, das Ende der Geschichte sei da. Fukuyama. Ich habe damals widersprochen, ich habe einen großen Artikel geschrieben, habe gesagt, das glaube ich nicht, nicht einfach, weil ich es für unrealistisch gehalten habe. Aber jetzt, ein paar Jahrzehnte später, also ich sage mal, damals in den 80er Jahren, da war Ronald Reagan in den USA, da war die Maggie Thatcher in Großbritannien, denkst du ja auch, Ping nicht zu vergessen, hat in China die marktwirtschaftlichen Reformen gemacht, da gab es fast überall auf der Welt, war irgendwie so Trend, auch der Schröder hat später die Reformen dann Anfang der 2000er in Deutschland gemacht, selbst in Ländern wie Argentinien oder Italien gab es damals so Ansätze. Jetzt gucken wir, wie es heute, da ist ja weltweit das Gegenteil der Fall. In China, der Xi Jinping geht wieder zurück in Richtung mehr Staat, weniger Markt. In den USA, die haben jetzt in dem Ranking Index of Economic Freedom das schlechteste Rating seit dem Index gibt 1995, weil alles geht in Richtung mehr Staat, von Europa gar nichts zu reden, da wird jetzt ein Verbrennermotor verboten und immer mehr wird aus Brüssel vorgeschrieben. was die Unternehmen wie zu tun haben. In Lateinamerika, also das ist ja ganz extrem, da sehen Sie selbst in Chile, was immer das kapitalistischste Land war, haben Sie dann vorletzten Jahren Sozialisten gewählt, in Kolumbien wird links regiert, Brasilien wird links regiert, von Venezuela gar nicht zu sprechen, also da ist praktisch mit wenigen Ausnahmen, wie Uruguay, ist der ganze Kontinent inzwischen rot, also das heißt, diese Trend zum Linken, das ist ja nicht was, was jetzt nur in Deutschland zu beobachten war, sondern weltweit und klar, dann gibt es eine Gegenbewegung in die andere Richtung und die Gefahr ist nur, dass die Gegenbewegung dann nicht in Richtung geht von dem, wie ich denke, sondern dass es dann in Richtung von rechtem Populismus geht überall. Aber woran liegt das? Also jetzt kann man sagen, okay, es ist der Zeitgeist, aber der Zeitgeist muss ja auch irgendwie entstehen, also jetzt kann sowas ja entstehen durch Ungleichheit, Unzufriedenheit, bei uns kann man das ja jetzt eher nicht behaupten, also uns ging es ja wahrscheinlich zu gut, viele sagen, ja Merkel hat eigentlich gar nichts gemacht, weil es liefert einfach, also bei uns kann es jetzt nicht aus einer Unzufriedenheit eigentlich rauskommen, also es sind ja sehr viele unterschiedliche Länder, Sie haben es ja gerade schon beschrieben, woher kommt das, also dass dieses Linke wieder aufgelöst ist? Es kommt nicht aus objektiven Dingen, weil ich nehme jetzt mal Chile als Beispiel, Chile ist das mit Abstand erfolgreichste Land in Lateinamerika, also wenn Sie mal da sind, es ist vieles, nicht so wie bei uns in Europa, aber so in die Richtung geht es schon, wenn Sie danach dann in Argentinien sind oder so, oder in Paraguay war ich, da ist es schon ganz anders, die waren also wirtschaftlich extrem erfolgreich, auch die Ungleichheit, die ist eher gesunken dann in Chile, aber die Wahrnehmung war eine ganz andere und weil die, das Problem ist oft, die Kapitalisten konzentrieren sich auf das wirtschaftliche Tun und die Linken konzentrieren sich auf die öffentliche Meinung, auf die Universitäten, auf die Medien, das heißt, während der Unternehmer, der oft unpolitisch ist, die Dinge tun, die seine Kernkompetenzen sind, sich Produkte zu entwickeln und die Märkte zu befriedigen, sind die Linken, die ja praktisch alle vom Staat bezahlt werden, die irgendwo an Universitäten sitzen oder hier bei uns im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder so, die brüten ihre Theorien aus und verbreiten die Leute und sind dann einfach, gewinnen dann letztlich den kulturellen Kampf, die sind auch oft, das sind oft Leute, die sprachlich dann auch besser sich artikulieren können als viele Unternehmer, das sehen Sie manchmal, wenn in so einer Talkshow so ein Unternehmer eingeladen wird, ja das ist halt nicht dessen, Kernkompetenz mit Sprache umzugehen, der kann viele andere Sachen, die Leute, die können oft nur Sprache, gar nichts sonst, die sind völlig auch, gar nichts, aber das ist halt das, was sie können, irgendwo gekonnt oder anscheinend irgendwo, ja so ein Robert Habeck, tolle Rede jetzt wieder gehalten, die Leute mitgenommen, ja das ist deren Kernkompetenz und die sind einfach in diesen Bereichen oft besser und haben dann sich darauf konzentriert, während die Unternehmer brav hier die Wirtschaft am Laufen halten, konzentriert sich dann die gesamten Universitäten, Medien und so weiter, die öffentliche Meinung zu verändern. Vielleicht, du hast gesagt, bei uns kam es nicht aus einer Unzufriedenheit, vielleicht genau aus dem Gegenteil, vielleicht ging es uns einfach zu, gerade meine Generation, ich meine, es wird ja häufig gesagt, dass meine Generation die erste Generation ist, die die masslosche Bedürfnispyramide nicht nach oben gehen musste, sondern direkt oben anfangen, weil alles im Überfluss da ist und wenn man Zeit hat und der Kühlschrank immer voll ist, dann kann man halt über Dinge nachdenken wie vier Tage, Woche etc. Also ich dachte das auch eine Weile, vielleicht ist auch was Wichtiges dran, aber ich habe mich ein bisschen korrigiert, wo ich jetzt letztes Jahr in Lateinamerika war, weil ich gesehen habe, dass selbst in armen Ländern da diese ganzen Vogue-Ideologie und wenn es zum Beispiel Chile ist jetzt nicht so arm, habe ich ja gesagt, aber trotzdem gehört ja auch, wenn Sie es jetzt mit Deutschland vergleichen oder so, ist es schon ärmer logischerweise. Da ist auch überall hängen, die Regenbogen fahren vor dem Parlament und zwar nicht an einem Tag im Jahr, sondern das ganze Jahr lang und alles ist irgendwo Woke und ich war dann in Brasilien auf so einem Kongress und da haben sie nur diskutiert über die Cancel Culture und Political Correctness und Wokeness und so. Ich dachte, das sind so Luxus-Themen, die in Amerika oder in Europa, so wie Sie jetzt gesagt haben, Leute, die sonst nichts anderes zu tun haben, die fangen sich dann an mit irgendwie Gender-Gagga oder so einem Scheiß zu beschäftigen. Da sehe ich auf einmal in diesen Ländern, das ist auch so. Also das ist jetzt nicht die alleinige Erklärung. Das ist die einzige, wo ich gesehen habe, wo das jetzt nicht so ist, das war jetzt in den asiatischen Ländern, wo ich war, also zum Beispiel in China oder in Vietnam. Da, die beschäftigen sich also wirklich dann mit der Wirtschaft, mit dem Aufbau und so. Und China ist ja für eine Diktatur, kann man ja sagen. Also das ist dann vielleicht nicht so erwünscht. Ja. Vietnam ist ja schon eher freier. Ja, es ist auch ein Einparteisystem, aber ich sage mal was Interessantes zum China-Beispiel. Ich habe da mit einem Professor gesprochen von Ding-Tank und ich habe gesagt, Hut ab, ihr habt viel in der Wirtschaft erreicht, durch, aber jetzt wegen der marktwirtschaftlichen Reform und Einführung von privater Eigentum, was der Deng Xiaoping eingeleitet hat. Aber ich sage, du wirst mich nicht überzeugen können von irgendeinem System, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, es gibt eine Pressefreiheit oder du wirst auch sonst wenig Leute davon überzeugen können. Er sagte, man redet da ja durchaus offen mit den Leuten, mein intelligenter Mann, Professor sagt, da verstehe ich, ist alles logisch, aber ich möchte vor Folgen zu bedenken geben. Er sagte, ich war fünf Jahre Gastprofessor in Chicago. Da habe ich jeden Tag Angst gehabt, ich sage irgendwas, was als rassistisch, sexistisch oder wie ich immer ausgelegt werden könnte oder ich fahre mit der Studentin alleine im Aufzug und hinterher wird mir irgendwas nachgesagt oder so. Und jetzt, wo ich wieder in China bin, dann bin ich viel freier, solange ich jetzt keine Unterschriften gegen die Xi Jinping sammle oder so auf der Straße, kann ich im Prinzip sagen, was ich will und deswegen fühle ich mich freier, als ich mich an der Uni in Chicago gefühlt habe. Ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, klar ist in China trotzdem insgesamt das Unfrei, ja logischerweise in den USA. Ich will nur immer sagen, dass man da auch verschiedene andere Wahrnehmungen sieht oder ich war jetzt zum Beispiel in Vietnam, da haben sie mich eingeladen zum Workshop, das Thema war, wie man das Image von reichen Menschen verbessern kann. Da tun die also, das war an der Foreign Trade University in Hanoi. Also das ist sicher ein Thema, wo man an der, ich stelle sich vor, sie macht jetzt hier einen Professor, macht einen Workshop an der Universität, wie man das Image von Reichen verbessern kann. Also ich weiß nicht, wie viele Cancel Culture Leute und was weiß ich dann kommen und wild schreiend protestieren, wie hier der Kapitalismus schön geredet werden soll und machen es nieder. Also es ist da, es gibt immer so eine andere Seite, die wenn man viel reißt, wo sich dann manche Dinge korrigieren. Wie werden Sie denn angefeindet oder wurden Sie überhaupt schon mal richtig angefeindet? Ja, also sagen wir mal, wenn man in Social Media unterwegs ist und hat provokante Meinungen, dann kann es ja gar nicht ausbleiben, wobei ich sagen muss, die meisten Sachen, die lese ich da gar nicht, hätte ich auch gar nicht die Zeit. Also wenn ich da was twitter und da sind dann manchmal ein paar hundert Kommentare drunter, manchmal gucke ich so kurz rein, aber ich lese das Zeug natürlich nicht alles, da hätte ich ja einen ganzen Tag mit zu tun und manchmal gibt es auch schlechte Laune, weil man sieht, wie viele Idioten da unterwegs sind. Also ignoriere ich es, aber klar, das gibt es in Social Media gibt es und ich hatte auch speziell in den 90er Jahren dadurch ganz intensive Auseinandersetzungen, wo ich noch mehr dann in der Öffentlichkeit auch gestanden habe, ja, aber ich nehme das jetzt gar nicht so wahr, dass ich weiß, dass es Leute gibt, die mich also, mich und meine Meinung nicht mögen, aber ich lasse das gar nicht so an mich rankommen, ich sage meist so, nicht mal ignorieren. Was auch natürlich viele provoziert, schöne junge Frauen und jetzt könnte man ja meinen, ja, der Sittlmann hat eine schöne junge Frau, nein, sie stehen ja offen dazu, dass sie mehrere Freundinnen haben, sie machen da kein Geheimnis draus, was fasziniert sie so daran, dass sie vor allem gleich mehrere Freundinnen brauchen? Na ja, ich glaube, es gibt schon ziemlich viele Männer, die auch, wenn sie jetzt die Wahl hätten, sagen, also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, gleichzeitig vier, fünf hübsche Freundinnen zu haben. Sind es gerade vier, fünf? Ja, das sind meistens so, das meistens sind es so zwischen vier und sechs, ja, das ändert sich auch immer ein bisschen, dann ist mal ein und weg oder es kommt wieder jemand neu dazu, ja, aber das ist so, ja, ich glaube schon, dass es viele gibt, die sagen, das wäre auch nicht schlecht, ja, wenn man, weil man findet natürlich auch in jeder irgendwo was anderes, ja. Ist das nicht anstrengend? Also das ist ja, das muss man ja fast schon managen, oder? Also das, ja. Weil sie führen wirklich Beziehungen mit diesen Damen. Ja, also das sind, ich will mal betonen, es ist jetzt, sagen wir, Beziehungen, in Anführungsstrichen, die rein nur Sex sind, habe ich nicht, die will ich auch nicht, ja, weil das ist mir jetzt langweilig, ja, habe ich auch schon mal, dass mal jemand trifft und hat dann Spaß und Sex, ja, aber das ist dann, eine Viertelstunde und dann langweilt man sich drei Stunden dann zusammen, also das habe ich dann auch beendet, so Beziehungen, weil das ist mir einfach zu langweilig da, ja. Ne, das sind schon, das sind auch lange Beziehungen, ja, also die längste war 18 Jahre, dann 13 Jahre, 11 Jahre, die kürzesten, jetzt waren 4, 5 Jahre, also das sind lange Beziehungen, sind das, ja, und das sind emotionale Beziehungen, manchmal ist es eine Mischung, das ist auch nicht jede Beziehung gleich, ja, zum Beispiel, eine, mit der ich mich auch jetzt schon treffe, so seit neun Jahren, da würde ich sagen, das ist einfach Freundschaft plus Sex, das ist so wie, sagen wir, der beste Freund, ja, ich habe wenig männliche Freunde, in dem Sinn, ja, es ist wie der beste Freund, wir tauschen uns über alles aus, ein bisschen bin ich auch vielleicht, ein bisschen wie der Coach, der ihr geholfen hat, sich weiterzuentwickeln, beruflicher, da war jetzt nie eine Liebe oder so da, aber natürlich ein Mögen und eine Freundschaft und dann kommt der Sex halt noch dazu, bei anderen ist es anders, da sind dann auch mehr Gefühle im Spiel, also es ist nicht mit jeder Frau gleich. Und um es auch vollständig zu machen, die Frauen wissen auch voneinander. Naja, alle, absolut, ja. Jetzt haben Sie auch einen schönen oder ehrlichen Satz geschrieben, dass Sie mehr Auswahlmöglichkeiten haben oder bessere Chancen bei der Partnerwahl als ein Busfahrer. Jetzt könnte man natürlich provokant sein, sind die Frauen nur mit Ihnen zusammen, gerade weil sie sehr jung sind und gut aus sind, weil sie viel Geld haben? Wenn Sie das Wort nur wegnehmen und sagen, sind die auch mit Ihnen zusammen, weil sie erfolgreich sind, auch finanziell erfolgreich, dann würde ich sagen, trifft es sicherlich auch für die meisten zu. Da gibt es nicht so ein Schwarz-Weiß. Also sagen wir, es gibt jetzt natürlich Frauen, die wollen nur das Geld von einem. Habe ich auch kennengelernt, da habe ich mich immer fern von gehalten, das wollte ich so jemanden nicht. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, die macht dich dann arm irgendwann. Also ich habe mal einen kennengelernt, die war aus Hongkong, jetzt lange immer bemüht, richtig mit mir zusammen, aber die wollte immer, ich will das Geschenk und das und ich wollte das nicht und das war dann immer ein Konflikt, auch weil ich habe gesagt, ich will ja nicht arm werden irgendwo dadurch. Also das habe ich auch schon erlebt, da ist es aber nie irgendwo dann zu etwas Richtigem gekommen aus dem Grund. Jetzt ist es so, dass es nicht nur Schwarz und Weiß ist. Wenn ich jetzt mal Gedanken in diesem Moment mache, mein Geld wäre total weg, nicht da. Und ich könnte jetzt nicht mit denen irgendwo um ein schönes Hotel im Urlaub fahren, sondern ich würde sagen, komm, wir gehen jetzt in die Jugendherberge oder so und ich würde sagen, wir fahren jetzt mit der U-Bahn oder so. Also ich glaube, dann wäre es schon für manche, bin ich ehrlich zu mir, sagen, nee, das ist so, stelle ich mir jetzt nicht vor. Was ja auch logisch ist. Ich meine, wenn jetzt, das ist ja wie Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt eine Frau sehr schön ist, ja, und auch sonst, die sind ja nicht so schön, auch was zu bieten hat, also ich habe mehrere Freunde, die viele Sprachen sprechen, die haben alle studiert und so, ja, also bis auf eine, haben die alle studiert und so und sind auch beruflich erfolgreich und sehen sehr gut aus, dann hat die ja eine große Auswahl, logischerweise. Wenn jetzt eine, sagen wir mal, 150 Kilo wiegt und hat verfaulte Zähne und abstehende Ohren, dann hat die nicht sehr viel Auswahlmöglichkeiten. Wenn die jetzt, sagen wir, 25 ist, sieht top aus und ist auch ein sympathisches Wesen, dann kriegt, kann die ja fast jeden Mann, sozusagen kriegen, ja. Und wenn, jetzt versetze ich mal rein, du wärst jetzt eine junge, hübsche Frau und hast jetzt die Wahl, da ist einmal der Rainer Zittelmann, der ist erfolgreich, der ist reich, der hat viele Bücher geschrieben, der hat auch eine gute Figur, der hat Humor und der ist sympathisch und jetzt ist ein anderer, der ist auch sympathisch, der hat auch Humor, ja, der ist auch nicht ganz dumm, aber der ist jetzt Busfahrer zum Beispiel, ja, und mit dem kannst du also nicht dann schön im Urlaub fahren, in der Business-Klasse oder First-Klasse und musst in der Holzklasse fliegen und dann irgendwo im Zwo-Sterne-Hotel oder in der Jugendherberge. So, dann ist doch logisch, dass die Frau sagt, und das ist ja überall auf der Welt so, das war vor 2000 Jahren so, das ist heute so, das ist in China so, das ist in den USA so, das ist in Russland, das ist überall so, das heißt aber nicht, dass die Frau nur wegen dem Geld mit dem zusammen wäre, sondern dass das ein Faktor ist, ich will es nochmal umdrehen, genau wie umgekehrt, wenn die Frau jetzt sehr schön ist, ja, jetzt mache ich ein Gedanke, im Moment, die wird jetzt nicht gut aussehen, dann wäre ich auch nicht mit der zusammen, das sage ich ganz ehrlich, ja, aber das heißt ja nicht, dass es nur das Aussehen ist, wenn die jetzt nur schön ist, ja, aber ist zum Beispiel, habe ich auch schon erlebt, ist dumm und so, und langweilig, dann werde ich auch nicht mit der zusammen sein, habe ich auch schon kennengelernt, dann habe ich mich gelangweilt, dann habe ich gesagt, das ist nichts für mich, das heißt, das ist ein Faktor, bei mir das Finanzielle, bei den Frauen die Schönheit, aber das ist nicht der einzige Faktor, sondern das ist von fünf, sechs Faktoren, die eine Rolle spielen, ist es einer, der auch eine Rolle spielt. Und jeder Mensch gewichtet die Faktoren ja auch anders. Ich glaube, es gibt Frauen, wo der finanzielle Faktor bei einem Mann vielleicht nicht so wichtig ist, wie bei anderen Frauen. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Das ist so, das stimmt, aber ich muss jetzt auch, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist extrem gut aussehend, die ist aber verheiratet und die hat jetzt einen Mann, der richtig, also wirtschaftlich total erfolglos ist. Das ist aber eine Ausnahme. Ich habe mich mit beschäftigt, es gibt so eine Forschung, Attraktivitätsforschung, und wie Beziehungszustand, dann hat man Männer und Frauen befragt, was man also an dem anderen schätzt. Und da war schon bei Männern zu Frauen, hat schon das Aussehen an erster Stelle gestanden, als Einziger, danach haben andere. Und wenn man die Frauen gefragt hat, zu Männern, dann war schon der soziale Status und auch finanzielle Dinge, die haben weit vor dem Aussehen gestanden. Das ist einfach so. Das ist also auch tatsächlich, ich habe mal, das war ganz im Sand, ich habe mich schon damit beschäftigt, ich habe mal die führenden, es gibt so Schönheits- und Attraktivitätsforschung, also wirklich Provisoren, die sich den ganzen Tag nur mit solchen Dingen beschäftigt und habe dann mal so Bücher gelesen, weil mich das interessiert hat, das Thema. Wir sind ja jetzt im Locker Room und jetzt mal Butterbeiderfische. Wie lernen Sie denn die Frauen kennen? Also das war früher, habe ich immer, Disco hat man damals noch so gesagt, in der Diskothek halt kennengelernt. Ich war am Anfang sehr schüchtern und wie die meisten Männer bin ich so rumgestanden und habe mich nicht getraut, dann jemanden so anzusprechen. Und ich weiß noch einmal, das war so ein Erlebnis, das vergesse ich nicht, da bin ich nach Hause gefahren mit so einem Freund, wir waren immer am Wochenende, Disco hieß es damals, noch unterwegs. Und er hatte so einen Ford Mustang und da sind wir gefahren und dann sagt er, ach scheiße, heute wieder keine da gewesen, sagt er. Da habe ich gesagt, wie meinst du, ist jetzt keine da gewesen? Ich meine, da waren ein paar hundert Frauen gewesen, kannst du mir nicht sagen, dass dir da keine gefallen hat? Sagt er, ja doch, aber ja, ich meine, ich habe heute einen Pickel und da ist sowieso, ja, das ist doch scheiße, den sieht man auch gar nicht im dunklen Jahr. Irgendwo, dann sagt er, ich finde auch blöd, warum wir immer die Frauen ansprechen sollen und das könnten auch mal die Frauen zu uns kommen. Sag ich, hör mal, das sind jetzt Regen, die gibt es jetzt mal ein paar tausend Jahre, die ändern sich nicht heute Abend für uns. Ich sage dir mal, warum wir heute niemanden kennengelernt haben, da gibt es nur einen Grund, weil wir zu blöd sind, ja, sonst gibt es da keinen Grund. Das heißt, das war auch wieder so eine Frage, suche ich die Schuld bei mir selbst, erst mal unbequem, aber machen alle erfolgreichen Menschen so, oder sage ich, das ist der Pickel oder das ist, dass die Frauen mich nicht ansprechen oder irgend so ein Mist. Und danach habe ich dann, hat dann ein Freund mal gesagt, was machst du denn mit Disco und so, das ist doch gar nicht der beste Ort, um Frauen kennenzulernen. Wo denn sonst, ich konnte mir gar keinen anderen Ort vorstellen. Damals gab es ja auch noch nicht Internet, also Internet habe ich auch nie jemanden kennengelernt, so, da bin ich ein bisschen altmodisch, jetzt bin ich auch nicht auf Tinder oder irgend sowas, ja, also, das gab es ja auch damals noch gar nicht, ja. Und dann sagt er, ja, wo, Kaufhaus auf der Straße. Dann sage ich, wie Kaufhaus, Straße, so. Ja, dann sagt er, kann ich dir mal zeigen, ich nehme mich ja mit. Da habe ich in Darmstadt gewohnt und da habe ich aber gesagt, ja, aber bitte nicht hier in der Stadt, weil, da, das könnte mich jemand beobachten, ich dachte, das ist vielleicht eine unangenehliche Situation, da hat er gesagt, gut, fahr mal nach Mainz ins Einkaufszentrum. Das war eigentlich so weit, Mainz von Darmstadt, sind wir nach Mainz gefahren und dann, ich habe mich so trotzdem entfernt gehalten und beobachtet, was der macht und da ist dann die Parfumonieabteilung und hat gesagt, ja, meine Schwester hat Geburtstag und kannst du mir so ein Parfum empfehlen? Er sagte, nee, ich bin ja keine Verkäuferin, ja, das habe ich auch gesehen, aber du siehst so aus, als ob du gut was verstehst. Das nächste hat die dann in ein Gespräch entwickelt, verwickelt und hat die dann zum Kaffee eingeladen, ja, und ich habe mir das so von außen angeguckt und war also richtig beeindruckt, wie der praktisch auch auf der Straße hat dann so angesprochen, hat nach der Uhrzeit gefragt oder so, oder nach dem Weg oder so, ja, und hat die dann ins Gespräch verwickelt, um zum Kaffee. Und so machen Sie das auch einfach so? das war ja der Falle und dann war ja, wie fing das an? Dann bin ich nochmal zurück und das hat, glaube ich, drei Monate gedauert, bis ich mich getraut habe, auch mal selbst so. Da war immer in dem Supermarkt, wo ich einkaufen war, war an der Ladenkasse eine, also von der habe ich immer geträumt, die fand ich super und dann habe ich allen gut zusammengenommen. Ich dachte, ich kriege jetzt vielleicht einen Herzinfarkt oder ich muss stottern oder ich werde rot, aber ich habe die dann an der Kasse praktisch angesprochen und eingeladen und das hat sogar auch funktioniert. Also, da ist zwar nichts draus geworden, aber immerhin die Bar mit mir, dann hat sich abends zum Essen verabredet mit mir, ja. Da habe ich das erste Mal gemacht und dann habe ich, ja, dann habe ich auch angefangen auf der Straße, ich habe dann mein eigenes, so, so, irgend so einen Scheiß zu erzählen, wie die Schwester hat, Geburtstag oder so, ich kann nicht so gut so lügen und so. Ich habe das dann einfach anders gemacht und das ist auch heute noch so, wenn ich jemanden kennenlernen will. Ich habe einfach höflich und respektvoll gefragt, ich sage, entschuldigen Sie, dass ich Sie einfach so anspreche, spontan, da habe ich Sie mal zum Kaffee einladen. Und meine Erfahrung, wenn man das respektvoll macht, höflich macht, das, mich hat nie jemand bespuckt, mich hat nie jemand getreten, ja, das Schlimmste, was passieren kann und das ist sehr, sehr selten, dass jemand mal ein bisschen unhöflich, mit einer unhöflichen Stimme antwortet. Die Regel ist folgende, dass die Frauen sich drüber freuen, ach, das ist aber nett, ich bin leider schon vergeben und außerdem, sie sind viel zu alt für mich, oder irgendwie sowas, oder nee, ich habe keine Zeit, oder irgendetwas, ja, aber in der Regel hat man eine positive Reaktion, positiv heißt nicht, nicht, dass die jetzt dann mit der Kaffee trinken gehen, sondern einfach, es passiert nichts Negatives, will ich mal sagen, und jetzt ist es so, im Leben, mein, 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 wenn du jetzt irgendwas machst, im Leben, egal, auch im anderen Bereich, es geht ja immer um Chance und Risiko, also wie bei der, jetzt nehme ich mal die Investition, jetzt nehmen Sie an, es gibt eine Investition, wo Ihnen jemand sagt, da können Sie 1 Million gewinnen, aber das Verlust ist 0, ja, da würden Sie das doch machen, so, das wird jeder machen, ja, so, das ist aber die klare Situation, weil hier ist das Verlustrisiko 0, weil es kann nichts Negatives passieren, aber Positives kann alles passieren, also ist für mich jetzt unlogisch, warum das nicht jeder macht, ja, weil man kann ja nichts verlieren. Nehmen Sie sich dann bewusst Zeit, um Frauen anzusprechen, also sagen Sie jetzt, heute gehe ich raus und weiß ich nicht, heute am Kuhdamm werde ich junge Damen ansprechen. Ja, also das kann auch passieren, ja, manchmal ist es auch so, dass einfach, wenn ich sowieso unterwegs bin beim Einkaufen, dass, dass ich da jemanden sehe, aber ist auch manchmal so, dass ich sage, ja, jetzt möchte ich jemand Neues kennenlernen und, was soll ich, da setze ich mich irgendwo hin, schön im Sommer in die Sonne und gucke dann, wenn jemand vorbeiläuft, die mir gefällt, dann, aber das Wichtige ist, wie gesagt, sage ich dazu, respektvoll und, und höflich. Sie sind ja Verkäufer, Sie haben Versicherungen verkauft, alles gut. Wie ist denn so die Erfolgsquote? Das, die ist so, dass also die allermeisten nichts mehr rauskommt, in dem Sinn, dass die sich auch nicht Kaffee trinken gehen oder auch nicht verabreden oder so. Ich habe das jetzt mir nicht, ich habe das keine Liste gemacht, wo ich es aufgeschrieben habe, ja, aber das ist ja auch nicht so, ich habe ja gesagt, dass ich ganz lang andauernde Beziehungen habe, zwar manche nebeneinander, aber ich bin ja keiner, der jetzt laufend neue Frauen als zum Beispiel für irgendwelche One-Night-Stands, da bin ich überhaupt nicht der Mensch dafür, das habe ich auch so gut wie nie in meinem Leben gemacht, sondern es geht ja tatsächlich darum, jemanden zu kennenlernen, nur dann lohnt sich auch, sagen wir mal, der ganze Aufwand, dem wird es ja nicht lohnen, wenn Sie am Schluss dann einmal was mit ihr haben, sondern er lohnt sich, wenn Sie dann für Jahre eine Partnerin haben am Schluss, ja, und da können Sie dann auch schon, müssen halt eine hohe Frustrationstoleranz haben, ja, dass Sie dann, das war ja früher in Diskotheken, habe ich das genauso, also dann, oder, dass ich dann einfach, ich sage, das kann ich mal zum Trinken einladen. Wie kann man sich dann so ein Date mit Ihnen vorstellen, was beeindruckt Sie, oder was ist für Sie so ein Ausschlusskriterium, worauf schauen Sie, was fragen Sie, also wo Sie dann sagen, okay, nach fünf Minuten vielleicht, oh, jetzt habe ich mich vielleicht, die sah vielleicht ganz gut aus, aber da habe ich, kriege ich gerade einen dringenden Anruf und muss vielleicht schnell weg. Ne, also klar, das gibt es immer mal wechselseitig auch, oder dass der irgendwas nicht an mir gefällt, zum Beispiel, ich bin ja, da gehe da ehrlich mit uns, sagt dann, dass ich auch mehrere Freundinnen habe, das gefällt natürlich dann, meinst du nicht. Das sagen Sie auch dann am Anfang, gleich schon. Manchmal nicht gerade beim ersten Treffen unbedingt, das war strategisch wahrscheinlich schlecht. Aber sagen wir mal, schon dann relativ früh auch, weil ich will das Ganze nicht mit irgendeiner Lüge beginnen. Und natürlich gefällt es manche, es gibt ja auch manche, die wollen selbst keine feste Beziehung haben. Früher war es so, wo ich jung war, da wollte jede Frau einen festen Freund. Heute ist es so, dass manche, die wollen gar keinen, der sagt, was hast du gestern gemacht und kontrolliert werden und Eifersucht sehen, sondern die sind froh, wenn sie jemanden haben, in dem sie sich treffen können, aber die wollen gar nicht unbedingt eine feste Beziehung. Und andere, die wollen das, sicher, ja, das ist auch nicht so einfach. Das gab es schon auch dann Konflikte, wo dann auch, also eine, wo es auch schon seit vielen Jahren geht, die gerne auch heiraten und fest zusammen sein würde, wo es bisher nicht dazu gekommen ist. Also das ist auch so, klar, und das kann auch sein, dass es jemand, also das ist erst mal so, dass es ja auch, oder denen fällt irgendwas an, an mir nicht oder so, ja, das ist ja, und umgekehrt, ja, also klar, wenn jemand langweilig ist oder so, oder, ja, das ist das, ich will mich halt nicht langweilen, wenn ich das Gefühl habe, das ist, das, ich hatte zum Beispiel einmal eine kennengelernt, die war also sehr, sehr gut aussehend, ja, auch mit dem Sex hat mir sehr gut gefallen, aber die war, die war irgendwo Arzthelferin und die hat bei dem erzählt, ja, und heute war dann der Patient und die Kollegin, die war schlecht drauf und was weiß ich, und das, das, das hat mich letztlich nicht interessiert, was die erzählt hat, ja, und ich habe gemerkt, die Sachen, die ich erzählt habe, die hat ihr auch nicht interessiert, die hat zwar aus Höflichkeit dann nachgefragt, aber die, wenn ich dann eine Talkshow angestellt habe, über Politik oder so, dann, dann, das fand die langweilig, das, wollte nicht mit mir gucken oder so, weil die sich halt nicht dafür interessiert hat und das, das passt dann einfach nicht, wenn die Interessen also zu stark auseinander gehen. Jetzt lebe ich persönlich monogam, ich glaube, du auch, ich bin super happy mit meiner Freundin, jetzt, wenn Sie sechs Freundinnen haben in Ihrer Heavy Rotation, ist das nicht super anstrengend, das alles zu managen, also wie machen Sie das? Wie meinen Sie das jetzt? dass man das zeitlich irgendwie alles hinbekommt, weil mit der Aufmerksamkeit, also allein schon WhatsApp, also Kommunikation, wer hat das? ich meine, ich sage mal so, die Woche hat ja sieben Tage und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, fünf Freundinnen habe zum Beispiel, dann ist ja für jeder an einem Abend theoretisch Zeit und meistens treffe ich mich auch einmal in der Woche, manchmal auch öfters mit jemandem, manchmal auch mal zwei Wochen nicht oder so, im Prinzip passt es schon und ich habe dann auch die Begabung, das sind ja sehr unterschiedliche Menschen, dass ich mich dann auch auf die einstelle, das ist natürlich, da muss man auch dann auch die Begabung haben, sich dann auf ganz unterschiedliche, aber ich finde es auch als Bereicherung, weil jedes wieder anders sein darf, auch in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Charakter, auch im Sex natürlicher, ist jede auch wieder anders in der Art. Herr Zittlmann, wissen Sie, was mir für eine Frage eingefallen ist, wie feiern Sie Weihnachten? Sind dann alle Freundinnen da, sind Sie alleine? Wie fahren Sie Weihnachten? Ja, das ist tatsächlich, also ich sage mal, diese Weihnachten fahre ich zu meinen Eltern, da habe ich auch schon manchmal dann eine Freundin mitgenommen, aber manchmal auch halt nicht, ja, und dann an den anderen Weihnachtstagen, dann wird das halt aufgeteilt, der erste Weihnachtsbeitrag, das wurde Feierzeit, und danach, das ist also nicht mit zusammen, am Geburtstag ist schon so, dass da auch dann so ein Tisch ist, wo dann mehrere Freunde zusammen sind, an meinem Tisch, aber jetzt an Weihnachten nicht, da ist dann schon, wird das dann aufgeteilt auf die Tage. Haben Sie niemals darüber nachgedacht, wie das wäre, irgendwie das klassische Familienbild zu haben, eine Frau, Kinder? Ja, ich würde es nicht ausschließen, ich meine, ich habe ja noch Zeit, ich bin jetzt 66, und da die Freundinnen, ja meistens so, also die sind vom Alter her so zwischen Anfang 20 und Ende 30, so, ja, die meisten sind eher so, was weiß ich, so um die 26, 27 rum in dem Schnitt, ist ja da noch Zeit dafür, also das könnte durchaus sein, das müsste halt jemand sein, wo dann, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das alles passt, und das ist natürlich das Schwierige, wenn Sie dann verschiedene haben, wo Sie sagen, bei der ist das toll, bei der ist das toll, und du findest eigentlich, du wirst ein bisschen anspruchsvoll, du findest eigentlich nicht alles in einer Person, aber wer weiß, vielleicht läuft die mir irgendwann über den Weg, Abstrichen muss man immer irgendwo machen dann, aber wo man sagt, da passt sie irgendwie, also das würde ich auch nicht ausschließen, weil ich will das Leben jetzt auch, also nicht immer so weiterführen, also im Gegenteil, ich habe also den, der Jim Rogers, den kennen Sie auch, der erfolgreiche Investor, den habe ich in Singapur getroffen, der hatte eine andere Einstellung, der wollte also nie Familie, der hat gesagt, Kinder sind die größte Zeit und Geldverschwendung der Welt, das war so seine Meinung immer, mit 60 hat er dann das erste Kind gemacht, mit 65 das zweite, und jetzt dreht sich alles um die Kinder, früher hatte der auch wechselnde Freunde gehabt, habe ich immer gesagt, ich mache das so wie der mit 60, aber jetzt bin ich schon 66 und ist das irgendwo nicht geglückt, aber klar, ich will jetzt nicht mit 80 Jahren am Kudamm dann rumlaufen, ja, und irgendwo jemand ansprechen, sie wissen ja auch gar nicht, wie dann überhaupt ihre Potenz dort ist, oder ob sie dann überhaupt noch, ja, also das heißt, das ist ja auch eine Sache, die irgendwann, sagen wir mal, endlich ist, und wo es dann sicherlich schön ist, wenn man dann auch eine, eine feste Partnerin hat, also da ist noch einiges offen, eine Frage habe ich für, ja, weil die Rainer Zittelmann Methode ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Kaffee einladen, was machen Sie jetzt, wenn einer am Kudamm vorbeikommt, mit einem Starbucks Becher in der Hand? Ich weiß es nicht, das ist das Problem, ich weiß nicht, ich habe schon, weil ich auch im Club ja immer frage, darf ich ein Getränke einladen, wenn die dann Getränke gehabt hat, das war bei Hüttern, dann habe ich immer geguckt, wann das zu Ende ist, und wenn es dann fast zu Ende war, dann habe ich gesagt, ich sehe, dein Getränkeskassende, darf ich nicht zum Neuen einladen, also ich bin so, ich bin so einfallslos, ich habe auch schon mal was anderes gesagt, so ist es nicht, wir machen folgendes, liebe Leute, wenn ihr eine Methode habt, dann schreibt bitte in die Kommentare, hilft diesem armen Mann, dass er einen Plan B hat. Also es gab es auch schon mal irgendwo, es gab es auch schon mal einen anderen Spruch, aber meistens war das ja, und meistens ist es ja so, dass die, also zum Beispiel jetzt eine, mit der ich mich jetzt seit fünf Jahren treffe, die ist jetzt 33, das weiß ich auch, das war so, ich habe die angesprochen, und dann hat die erst, also zum Kaffee, da hat sie gesagt, sie spricht kein Deutsch, ich habe sie in Deutschland, in Englisch, da hat sie gesagt, nee, sie hat jetzt keine Zeit, das ist sowieso das, was man am häufigsten hört, ich habe keine Zeit, da habe ich gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, aber wir können das ja verschieben, und treffen uns irgendwann mal abends zum Essen, da hat sie gesagt, nee, es geht nicht, ich habe auch einen Freund, der ist ja eifersüchtig, was aber gar nicht gestimmt hat, und dann habe ich ihr die Karte gegeben, und habe gesagt, denkt doch nochmal darüber nach, das war jetzt ja auch ein bisschen überfallartig, und dann hatte ich es noch am selben Tag dann auf WhatsApp mir geschrieben, und jetzt ist man seit fünf Jahren, ist man dann zusammen, das war damals, hat das gar nicht gestimmt, also das ist auch, wenn einer sagt, ich habe keine Zeit oder so, das ist meistens einfach, dass es kein Interesse ist, eine höfliche Form zu sagen, das heißt, dann kann man auch nochmal höflich durchaus, ohne dann zu penetrant zu sein, kann man auch nochmal nachfragen. Ein Motto von Ihnen ist ja, mache einen Sport daraus, nein zu überhören, also man braucht dann auch, ja, diese Resilienz, auch im Businessleben, nicht nur bei den Frauen, dass man einfach, ja, mit einem Nein gut umgehen kann, oder, und sich nicht davon entmutigen lässt. Natürlich kann das jetzt auch falsch ausgelegt werden, gerade bei Frauen, da gibt es ja auch so, nein heißt nein, also wenn, natürlich würde ich jetzt nicht, wenn einem was, ja, dann akzeptiere ich auch das Nein, logischerweise, aber wenn ich jemanden kennenlerne, und der nicht gleich begeistert ist, und sagt, super, toll, dass du, und ich da nochmal nachhage, und sage, Mensch, überleg doch nochmal, hier ist meine Karte, und vielleicht gehen wir mal aus, verpflichtet sich dazu nichts, ja, dann, und das ist generell im Leben, also auch bei anderen Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehe, das passiert mir öfters, weil es gibt, ich bin Vegetarier, da ist schon schwierig, und dann will ich nichts, wo Alkohol dran ist, weil ich auch kein Alkohol trinke, und das und das, ja, und dann will ich zum Beispiel manchmal einfach ein Omelett haben, und dann passiert es, dass die dann zum Beispiel sagen, nee, fangst du mal auf die Karte, Omelett haben wir nicht, und dann sage ich, ja, haben Sie eine Pfanne da, ja, haben Sie Eier da, und dann verstehe ich schon, warum es jetzt kein Omelett gibt, das heißt, dann lasse ich so lange nicht locker, bis ich dann das Nein in das Jahr, das war jetzt gerade neunschmal, das war eine lustige Geschichte, da war das so die Situation, und dann sagt sie, ja, ich muss jetzt mal in der Küche fragen, denn ob er dann ausnahmsweise doch ein Omelett macht, und dann sagt sie, ja, also, jetzt machen wir das Omelett, und dann kam sie mit dem Omelett, und dann habe ich gefragt, ja, was war jetzt so schlimm dran, ich meine, ja, steht halt nicht auf der Karte, da sage ich, ist die Karte für die Gäste, oder sind die Gäste jetzt für die Karte bei Ihnen, oder, ich meine, und dann sagt, naja, es kann ja sein, das sieht ein anderer, und dann bestellt er das Gleiche, und dann war folgendes, tatsächlich kamen 10 Minuten, ein Freund von mir ein bisschen später, wir waren in so einer Gruppe, und dann klopft es auf den Tisch, ah, das sieht gut aus, das bestelle ich auch gleich, also, da ist der Worst Case direkt eingeführt, also, ich mache mir tatsächlich manchmal auch einen Spaß draus, gerade in so Situationen, dann nicht mich gleich zufriedenzugeben, ja, also, ich weiß jetzt noch, ich war in Korea, und da war ein Professor, der mich dann begleitet hat, da habe ich dem gesagt, das letzte Mal war ich in dieser, bei so einem YouTuber, der 800.000 Follower hatte, da war ich da in dieser Show von dem, da bin ich jetzt wieder rein, und dann sagt er, ja, ich habe den gefragt, aber der hat nicht geantwortet, aber ich sage, na, dann fragst du halt noch mal so, dann sagt er, nee, das ist bei uns in Korea so, nicht antworten, das ist so eine höfliche Form, nein zu sagen, ja, da habe ich gesagt, das ist doch egal, frag doch mal nach, ich meine, als dass der dann nochmal, nein sagt er, die Antwort kann nicht passieren, dann sagt er, ich habe dir doch gesagt, das ist so nicht höflich, ja, hier bei uns, da habe ich nur gesagt, so Höflichkeit ist was für Loser, und da war ich auch so geschockt, ja, weil das war halt irgendwo meine Einstellung, dass ich, ja, ich habe auch so gelesen, also, ich habe diese Geschichten auch erzählt, in meinem Buch, der größere Zinn über Steve Jobs, der hat nie irgendwo, ja, der war ja viel extremer noch als ich, also, wo der seinen ersten Job haben wollte, da hat er sich wo beworben, und der hat damals gestunken, weil der hat sich nicht geduscht und gewaschen, weil er bei der eigenen, dass er so eine Diät hat, wo man sich also nicht duschen muss, aber natürlich hat er gestunken, und dann wollte er da anfangen, bei einer Firma, und ist da hin, also auch selbst, persönlich, und die wollten ihn aber nicht haben, und dann ist der einfach nicht gegangen, der ist einfach da geblieben, dann hat der angerufen, bei seinem Chef, und dann hat er gesagt, ich habe hier so einen Hippie, der stinkt, ja, und ich habe jetzt so eine Möglichkeit, entweder wir geben ihm einen Job, oder ich hole jetzt die Polizei, und dann am Schluss haben die dem dann so einen Job gegeben, wo er nachts gearbeitet hat, wo er lieber etwas anders riechen musste, das war dann, also der war viel extremer noch, ja, und das kann man wirklich auch von den erfolgreichen Leuten lernen, dass sie, nur weil jetzt einer Nein sagt, also, und das war mein Leben lang schon, ich weiß noch, wo ich promoviert hatte, da habe ich so ein Promotionsstipendium beantragt, also Hochbegabtenförderung, ja, und ich hatte eigentlich gute Voraussetzungen, weil ich hatte mit 1,0 abgeschlossen, und ich hatte auch ein sehr gutes Gutachten von meinem Professor, der war ein sehr bekannter Mann, also Professor Dr. Dr. Karl Ottmar Freyer von Aretin, und er hat geschrieben, das hat geschrieben, man war der mit Abstand begabtes Zustand in meiner gesamten Lehrtätigkeit, da stehen hier normal viele Wege offen, und ich habe mich dann mit dem Thema bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes beworben, und die haben dann auch das abgelehnt, da habe ich es aber einfach nicht akzeptiert, und habe die Argumente entkräftet, und Gegenargumente, und die haben mich später tatsächlich angenommen, aber da hatte ich dann schon ein Stipendium von einer anderen Stiftung, ich habe dann von drei Stiftungen am Schluss angeboten bekommen, das war die Philix Stiftung, das war die Stiftung von der Evangelischen Kirche, sodass ich das, das kann es ja nicht doppelt gefördert werden, von der Studienstiftung ich angenommen habe, weil das kam dann zu spät, aber immerhin, also es war schon immer so bei mir, dass ich es nicht einfach akzeptiere, wenn dann jemand Nein sagt, ich finde es schon wichtig, dass wir auch im Leben, das habe ich auch mal von einer Frau gelernt, die hat zu mir gesagt, wer nicht sagt, was er will, bekommt auch nicht, was er will, das fand ich gut im Spruch. Lassen Sie uns kurz über Hitler sprechen, das finde ich nämlich ein spannendes Thema, da haben Sie sich ja wirklich richtig reingebissen, Sie haben hunderte Bücher über ihn gelesen, und haben dann auch selber viel recherchiert, in Archiven und Co., und viele Leute, jeder kennt ihn wahrscheinlich auf der Welt, wahrscheinlich eine der bekanntesten, Geschichtsfiguren, oder wie man ihn an historischen Persönlichkeiten, die man kennt, aber trotzdem wissen wahrscheinlich viele Sachen nicht über ihn, gerade Wirtschaftspolitik und Co. Was hat Sie denn am meisten überrascht bei Ihren eingehenden Recherchen? Also ich sage jetzt mal, was ich gemacht habe, ich war der Erste auf der Welt, der sämtliche Reden, die Hitler gehalten hat, ich habe die erst einmal gesammelt, heute gibt es da so große Werke, so Ausgaben, wo man die alle, also praktisch für Historiker, damals musste ich in die ganzen Archive mit so Mikrofilmen und so weiter, musste ich mir dann da Kopien ziehen, aus dem Völkische Beobachter, oder von irgendwelchen Transkriptionen von stenografischen Mitschriften, also es war erstmal eine ziemliche Arbeit, die ganzen Reden, dann der Hitler hat zwei Bücher geschrieben, also Mein Kampf und auch ein anderes Buch, was aber nie veröffentlicht wurde, dann hat er auch manche Aufsätze und so geschrieben, dann gibt es auch in Tagebücher von anderen Leuten Überlieferungen, was er gesagt hat, zum Beispiel, Köppels hat Tagebuch geschrieben, jeden Tag, da gibt es diese Überlieferungen, dann gibt es Aufzeichnungen, der hat abends immer so Monologe geführt, das ist nicht so Monologe für Raubquartier, also da hat dann einer so mitgeschrieben, da hat er sich über Gott und die Welt geäußert, und diese Sachen habe ich alle gesammelt, was erstmal eine unglaubliche Arbeit war, und habe es dann ausgewertet und versucht zu rekonstruieren, das Denken von Hitler in verschiedenen Gebieten, speziell aber auch Wirtschafts- und Sozialpolitik, um zu verstehen, wie jemand, der für so große Verbrechen verantwortlich, also den Krieg begonnen hat, sechs Millionen Juden umbringen lassen hat, und so weiter, wie konnte so ein Mensch für breite Massen in Deutschland und auch für intelligente Menschen mit seiner Ideologie so attraktiv sein, und war dann schon ein Ergebnis, dass die sozialen Versprechungen von ihm und das Antikapitalistische sehr viel stärker waren, als es normalerweise wahrgenommen wird, und das hat es für mich, ich war ja, wie gesagt, damals auch eher links eingestellt, hat es mir ermöglicht, eher das zu verstehen, weil das ist ja für jeden Menschen, sagen wir mal, speziell in Deutschland schon eine Frage, auch zu verstehen, wie konnte das passieren, und da haben die Deutschen halt nach dem Krieg oft auch das verdrängt, die haben dann gesagt, ja, wir waren ja eigentlich irgendwo dagegen, und das war dann die Diktatur, da haben dann gesagt, der hatte irgendwo eine magische Ausstrahlung, oder magische Augen, und diese Reden, und das hat er irgendwie versucht zu mystifizieren, und ich habe gesagt, nee, das waren diese sozialen Versprechungen im Prinzip, die er gemacht hat. Unrealistische, was waren die Versprechungen, also dass es den Leuten besser geht, und dieses Motto gegen die da oben, oder wie kann man das... Zum Beispiel hat er gesagt, soziale Mobilität, dass Aufstiegschancen für Arbeiter verbessert werden, ja, und so weiter, da wurden auch Teile von realisiert, aber natürlich nur für die Leute, die jetzt zu dem, was er deutsche Volksgemeinschaft genannt hat, ja, also das war so, da gab es viel, die waren außengrenzt, ja, nicht nur Juden, sondern auch zum Beispiel Homosexuelle, und alle möglichen Gruppen, die außengrenzt waren, aber für diese Gruppe, die er als deutsche Volksgemeinschaft definiert hat, da gab es auch verbesserte Aufstiegschancen, und so weiter dann, ja, und das hat natürlich viel zu beigetragen, zur Attraktivität, damals im Nationalsozialismus für viele Menschen, und das ermöglicht es einem zu verstehen, und das ist auch deswegen wichtig, weil man muss verstehen, das Böse in der Welt kommt nicht immer direkt von der äußeren Erscheinung als Böses daher, sondern kommt oft, also die Hölle auf Erden, kommt erst im Sinne von verheißungsvollen Versprechungen, vom Paradies, das war ja auch beim Marxismus so, ich meine, in der Stalinien sind auch, oder Mao, Abermillionen Menschen umgebracht worden, aber das war ja nicht, wie die angetreten sind, die sind ja angetreten, wir wollen die klassenlose Gesellschaft, wir wollen soziale Ungerechtigkeit beseitigen, also bei den Marxisten jetzt auch was Gutes, oder was von vielen Menschen als gut angesehen wurde, und so war es auch bei Hitler dieses Versprechen, was er Volksgemeinschaft genannt hat, ja, dass nicht mehr Standesdünkel und so bestimmen soll, dass Arbeiter mehr Aufstiegschancen, das war das Versprechen, und hinterher hat es geendet alles in der Hölle, ja, im Krieg, in Vernichtungslagern, ja, und beim Kommunismus auch, und das ist ja auch eine Lehre dann aus der Geschichte, ja, dass man sagt, allein wenn Menschen jetzt Dinge, die vermeintlich erst mal gut klingen, oder wir wollen eine bessere Gesellschaft oder so, dass das auch dann eine Miesodynamik entwickeln kann, und dann am Ende im Totalitären endet, und das ist halt bei vielen Utopien so in der Geschichte, ja, dass die am Schluss erst den Menschen Himmel auf Erden versprochen haben, und am Schluss haben sie dann die Hölle auf Erden geliefert, und da kann man insofern schon auch was aus der Geschichte lernen, ja. Machen Sie sich da gerade Sorgen, denn viele sagen ja, sie fühlen sich erinnert an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, wir haben ja auch momentan viele Versprechungen, es wird viel kritisiert, es wird auf Reiche geschimpft, es geht angeblich die Schere immer weiter auseinander, man müsse was tun, dann haben wir auch Trump und Co., viel wird auf die Eliten geschimpft, auch natürlich bei uns, wir haben eine immer stärkere AfD, also machen Sie sich da Sorgen, ist da viel im Umbruch, und könnte sowas ja wieder in die falsche Richtung gehen, oder vielleicht schärfer ausgedrückt, könnte es bald wieder schief gehen? Ja, also die Geschichte wiederholt sich jetzt nicht in der gleichen Form, also wer jetzt guckt, kommt da wieder einer mit dem Schnauzbart, der so tobt wie der Hitler, und da taucht das, nee, das nimmt immer wieder eine andere Gestalt an. Ja, aber natürlich mag ich mir Sorgen, das ist ja so, guck mal, wer hätte damals in Deutschland gedacht, ein zivilisiertes Land, das Land von der Dichter und Denker, das Land von Goethe, dass so eine Barbarei passieren kann, das hätte doch keiner eigentlich für möglich gehalten, Anfang der 30er Jahre, und das ist oft so, also ich war jetzt in Amerika, auf einer Konferenz, das war von Students for Liberty, und da war eine, die war aus Venezuela geflüchtet, und die hat gesagt, seid euch nicht so sicher, dass in den USA euch nicht so was passieren kann, weil sie kommt aus dem Land Venezuela, muss man wissen, war 1970 eins der 20 reichsten Länder der Welt, Wohlstand, Demokratie, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, das ist in wenigen Jahren von den Sozialisten runtergewirtschaftet worden, das sind jetzt 25 Prozent der Bevölkerung, 7,5 Millionen Menschen, geflüchtet aus Venezuela, der Rest ist in Armut, die Demokratie wurde abgeschafft, zwischendrin, und das war ein Land, was ja, was, was, ein paar Jahrzehnte vorher noch, wo sich das keiner hat vorstellen können, und deswegen, das ist so der Unterschied, wenn man vielleicht Historiker ist, so wie ich, und die ganze Geschichte sieht, und sieht, was dann immer, passiert ist und möglich ist, dann glaubt man nicht so, wir haben vorhin das besprochen, wo dann diese Theorie war, das Ende der Geschichte, ja, also, dass dann der ewige Frieden ausbricht, und überall nur Wohlstand und Glück, auch die Demokratie und der Kapitalismus sind auch nicht so alt, das sind vielleicht 250 Jahre, dass es mehr oder minder herrscht, von der Jahrtausende alten Geschichte, wo also ganz anders war, und es gibt keine Garantie, dass das so erhalten wird, weil erst die Menschen gewöhnen sich da dran, sie nehmen Freiheit auch irgendwo als gegeben, oder als selbstverständlich hin, nach einer gewissen Zeit, manche verstehen auch nicht, was die Wurzeln eigentlich unseres Nebenstandards sind, ja, das Gerät an einfachen Vergessenheit, also, die Sorgen mache ich mir schon, jetzt nicht in dem Sinn, dass es mich jetzt total runterzieht, und ich da panisch, ängstlich bin, aber in dem Sinn, dass ich sage, ich fühle mich verpflichtet, auch im Rahmen meiner Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten, in dem Rahmen, wie ich es kann, mit meinen Büchern, mit meinen Artikeln, ja, ich habe jetzt gerade zum Beispiel, das wird jetzt veröffentlicht, was mich natürlich schockiert hat, wie viele jetzt diese, nach den, nach den barbarischen Morden von der Hamas, wo 1400 Menschen in Israel bestialisch ermordet wurden, und wo dann hier zum Teil Leute gab, die das gefeiert haben, ja, also eigentlich das Video, was mich am meisten geschockt hat, war nicht die Leute, die jetzt laut geschrien haben, und da gab es auch welche, die haben gesagt, wir brauchen neuen Adolf Hitler oder so, von denen, mich hat ein Video geschockt, das war eine Frau, die wurde im Fernsehen interviewt, die hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, die hat ein Kopftuch gehabt, aber die hat ein nettes Lächeln gehabt, die hat nicht rumgeschrien, die hat ruhig gesprochen, und der Reporter fragt sie ja, was sagen sie jetzt zu den Sachen, die da passiert sind, und ich sagte, ja, also ich habe mich auch gefreut, also, dass denen das gelungen ist, und natürlich, also wir haben auch gefeiert zu Hause, aber die hat das jetzt in einer Selbstverständlichkeit gesagt, dass sie sich über diese Terrorakte gefreut hat, und dass sie das gefeiert haben, wo ich gesehen habe, die hat offenbar ein Umfeld, wo so eine Meinung so stark selbstverständlich und akzeptiert wird, dass die jetzt gar keine Hemmung hat, die hat gar nicht versucht, die hat das auch in einer netten, mit einem netten Lächeln vorgetragen, so eine barbarische Sache zu sagen, wir haben das gefeiert, wo 1400 Menschen bestialisch umgebracht wurden, und das hat mich schon geschockt, und dann habe ich jetzt gerade was geschrieben zu dem Thema, und habe mir nochmal Zitate vorgenommen, von linken Intellektuellen, die oft barbarische Gewalt gerechtfertigt haben, und da ist mir ein Zitat gekommen, veröffentliche ich jetzt, da ist jetzt veröffentlicht den Fokus gerade, von Jean-Paul Sartre, der damals der führende linken Intellektuelle war, sicherlich, und der hat nach dem Attentat von 1972 in München, da gab es doch, bei den Olympischen Spielen, gab es einen Attentat von der palästinensischen Terrorgruppe, die ist schwarzer September, und da sind elf Sportler damals umgebracht worden, und da hat er vier Wochen danach in so einer maroistischen Zeitung einen Artikel geschrieben, wo er das gerechtfertigt hat, und er hat gesagt, ja, das ist Terror, aber das ist halt die einzige Mittel, die in ihrem Befreiungskampf haben, also hat das, der hieß nach München, und das sind die Sachen, die mich immer wieder schockieren, dass auch Intellektuelle und kluge Leute, dass die immer wieder auch verführbar sind, und gerade bei Intellektuellen findet man also viele Beispiele, die, in meiner Jugend war das ja auch so, wo ich 13, 14 war, aber gut, da kann man sagen, da war ich auch sehr jung, aber dass auch Erwachsene, gebildete, intelligente Menschen, damals, dass die, Sartre ist ein Beispiel, der aus Dalien geholtescht hat, Mao geholtescht hat, Che Guevara geholtescht hat, und da gab es, gab es viele gerade von führten französischen Intellektuellen, und die gibt es bis heute auch, ja, ich habe noch nicht auch gerade etwas darüber geschrieben, zum Beispiel so, ein slowenischer Philosoph, der selbst kannte, Cicek, ja, der hat jetzt ein Buch geschrieben auch, wo er fordert, wir müssen wieder stärker kommunistisch denken, er sagt, er nimmt als Vorbild Mao zitungsgroßen Sprung nach vorne, jetzt wissen viele nicht, was es ist, also wer das nicht weiß, dem empfehle ich mein Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, da ist es im ersten Kapitel ausführlich beschrieben, das war das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte, da sind 45 Millionen Menschen gestorben, viele verhungert, aber manche auch einfach bestialisch ungebracht, totgeschlagen worden, und das hat der jetzt als positives Beispiel benannt, ist eigentlich erschreckend, aber was auch erschreckend war, ich habe dann mal gegoogelt, da gibt es ein Foto von dem, das war ein New York Book Review und da hat er sich in seinem Schlafzimmer ablichten lassen und über seinem Bett hängt ein Bild von Stalin und der hat jetzt die Eröffnungsrede zur Buchmesse in Frankfurt behalten, zum Beispiel, der gleiche. Jetzt sieht man, um abschließend allen Menschen die Hand zu reichen, was ist die linkeste Position, die Sie vertreten? Da müssen Sie jetzt definieren, was Sie unter links verstehen erst mal, damit ich sehen kann, ob es überhaupt so etwas gibt in meinem Denken. Das dürfen Sie gerne selbst definieren. Ja, da für mich links gleich bedeutet, ist mit Gleichheit statt Freiheit, hoffe ich, dass es in meinem Denken nichts Linkes gibt. Außer von dem Gesetz, dass alle gleich sind. Ja, gut, das ist aber kein linkes Denken, das ist ein liberales Denken. Ne, was ich an den Linken, sagen wir mal, bewundere, ist nicht, die Inhalte, da finde ich wirklich gar nichts, aber die Art, ihr Marketing, ihre PR, wie Sie das verkaufen, da sind Sie für mich nach wie vor absolutes Vorbild. Und ich meine, jetzt überlegen Sie mal Folgendes, da gibt es eine, Ideologie, der Sozialismus, die ist immer gescheitert in den letzten 100 Jahren. Es gibt keine einzige Ausnahme, egal wie die es probiert haben, in China, in Russland, in Kuba, in Nordkorea, in Jugoslawien, in Albanien, also überall auf eine andere Art probiert und überall gescheitert. Dabei über 100 Millionen Menschen umgekommen. Gilt trotzdem Sozialismus als zumindest von der Idee human. Dann gibt es was anderes, Kapitalismus, was so geführt hat, dass die Quote der Menschen, die in extremer Armut leben, von 1820 bis heute, also in 200 Jahren, von 90 auf 109 Prozent gesunken sind. Und dieses Team gilt als inhuman und menschenverachtend. Um das hinzubekommen, da musst du ein Marketing- und PR-Genie gerade zu sein. Das haben ja die Antikapitalisten hinbekommen. Deswegen sage ich, wir müssen einfach da von denen lernen. und das Problem ist, ich bin ja sehr viel mit Fakten in, also mein Buch, jetzt war es in 30 Spanien, da schien es in Defensive Capitalism, da sind unglaublich viele Fakten drin. Der Solms von der FDP, der das zuerst besprochen hat, der hat geschrieben, Silmin ist ein Fanatiker der Fakten. Da habe ich mich auch wiedererkannt. Das Problem ist, dass sie mit Fakten die Menschen oft nicht so stark erreichen. Ich sage jetzt, ein Erlebtes, was ich hatte vor ein paar Monaten, da war ich mit einer Freundin von mir in Griechenland, um mir ein Buch vorzustellen. Da war kurz davor Zug und Glück, bei dem Zug und Glück sind über 50 Menschen umgekommen. Und natürlich war auch da der Kapitalismus schuld, also wie immer logisch, deswegen waren da so Massendemonstrationen von Kommunisten, auch mit roten Fahnen und so. Ich konnte die gegen den Kapitalismus, der also wieder 50 Menschen mehr auf dem Wissen hat wegen dem Zug und Glück. Und ich war im Hotel und habe dann da das beobachtet, weil das Hotel war direkt neben dem Parlamentsgebäude und die Demonstration war vor dem Parlament. Und ich habe gesehen, die haben in der meiste Zeit oder die Hälfte der Zeit haben die Lieder gesungen. Auch aus den Lautsprechern waren Lieder, sehr schöne Lieder. Ich habe die nicht verstanden, weil ich jetzt kein Krieg kann, aber so, die das Herz berühren, sind emotionale Lieder. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, guck mal da runter, hier siehst du das Problem. Ich habe die Fakten und die haben die Lieder und die haben die Emotionen. Und was glaubst du jetzt, wovon Menschen stärker ergriffen werden? Wenn ich sage, das GDP per Capital hat sich verdreifacht in Polen in den letzten drei Jahrzehnten oder die singen da ihre Lieder von der Gesellschaft der gleichen und freien Menschen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also Sie sehen da dran, ich bewundere die Linken, nicht in allem, aber in vielen, wenn es um Marketing und PR geht, da kann man alles von denen kopieren, weil die alles richtig gemacht hat, aber bei den Inhalten kann ich nichts entdecken, wo ich mich jetzt als Links sehen würde. Herr Ziedelmann, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Danke natürlich auch dir, Sinan, und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Danke euch, meine Herren, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Tschau. Dankeschön. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.